So Herr Nager, jetzt ist ausgenaget. Tito! Hey, Tito! Tito! Wo? Komm doch mal rein! Was ist? Komm doch mal rein! Was ist? Die Polizei ist da! Die Polizei ist da! Die Polizei ist da! Oh mein Gott! Die Polizei ist da! Kantonspolizei Bern, guten Abend! Alemann ist mein Name. Seid ihr der Herr Janik Nager? Sehr gut, ich muss euch mitnehmen. Es liegt der Haftbevölkerung an euch vor. Zudem müssen ihr noch meiner Kollegin sagen, dass sich ja im Haus elektronische Geräte, Computer etc. befinden, damit wir dich für eine Untersuchung mitnehmen können. Lass doch genau aus! Doch! Oh, sorry! Ich habe gegen uns geschaut! Du hast voll in die Hase gekämpft! Tito! Au! Klasse! Verhaftig in unserem Haus! Die Polizei ist gekommen! Und sie hat Janik abgeführt! Das ist wie im Film! Tito! Der Herrmann! Er hatte recht mit allem, was er sagte! Der Janik ist ein Verbrecher! Oh mein Gott! Der Janik ist ein Verbrecher! Der Janik ist ein Verbrecher! Ich habe die Hase gegeben. Der Janik nimmt den Janik. Und da, der Janik kommt gleichzeitig! Der Janik kommt direkt an! Die Mann kommt sicher! Nur, warte kurz, die Mami kommt sicher. Ich hab' die Brücke gehabt. Es war tatsächlich die Polizei da und haben sie ja nicht verhaftet. Was? Haben sie schon gebetet? Was? Die haben sie nicht verhaftet? Ja, ich weiss auch nicht warum. Also, die Polizei ist richtig mit Vollmontur und Maschinengewehr. Ich glaube, ich hab' keine Ahnung. Ich geh' noch aus dem Zimmer. Das wär wahr doch. Du solltest schon alle sie Grund haben. Ist richtig, das hat sie Grund. Guten bitte noch. Händler, komm schnell! Seid ihr Janik mit? Was? Wer? Die Polizei! Was? Wirklich? Ja! Warum? Woher? Ich bin doch auch nicht! Nein! Was passiert hier? Ich weiss es auch nicht. Aber irgendetwas ist hier voll. Das hab' ich schon gedacht, als ich neulich den Tito habe. Und ich hab' nicht gesehen, wo ich rauskomme. Der Tito? Was hat der Tito mit ihm zu tun? Ey, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber komm, ich erzähl' dir denen, was ich gesehen habe. Was mach' ich jetzt für ein Theater? Mir rückenfalls wieder anfangen, wer zu tun. Hast du mitbekommen? Sie hat Janik verhaftet. Ja, aus gutem Grund. Und das wäre? Ich hab' einfach etwas ganz Spezielles beobachtet, das ich gestern aus dem Keller bekam. Pstststst! Es spielt überhaupt keine Rolle, was du beobachtet hast. Ich erzähl' euch ein Geheimnis. Anscheinend hat die Polizei einen Tipp bekommen. Was Janik so alles am Laufen hat auf dem Internet. Jenseits von Gut und Böse. Ja, aber nichts. Aber wir haben auch nichts zu wissen. Unter uns ein Maulwurf. Erschreckliche Ratten. Aber zum Glück ist alles aufgeflogen. Und ich würd' euch raten, in die Polizei reinzukommen. Was soll das heißen? Das heisst, dass es höchste Zeit ist, dass im Nager ins Handwerk gelegt wird. Ich würd' euch empfehlen, in der Polizei keine Geschichten zu erzählen, wo das Ganze noch verwässern könnte. Und äh... Falls ihr das gleich mühdet, ich würd' mich persönlich darum kümmern, dass die Polizei erfahrt, wie viel Zeit ihr mit dem verbrungen habt. Zusammen Wein trinken, nach dem Essen einladen, das und jenes, was da sonst noch ausgelaufen ist. Wir haben das doch gar nicht gemacht. Das will ich hoffen. Also, seid still. Sonst seid ihr plötzlich auch noch in die ganze Sache verwickelt. Haben wir uns verstanden? Ja, also. Komm, wir gehen. Na, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. king